Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir müssen uns den Bitcoin-Preis heute ganz genau anschauen, denn wir traden bei 22.500 US-Dollar, haben unser Breakout nach oben gesehen und über 21.470 Dollar, wie du hier ganz gut sehen kannst, über unser damaliges jetzt hoch jetzt geschafft. Was wichtig wird, unbedingt dranbleiben und vor allem, welche Preisziele wir jetzt hier bei Bitcoin erwarten können, das erfährst du hier im Video. Let's go! Alright, wie du ganz gut sehen kannst, ich habe heute keine Facecam, weil ich unterwegs bin, das heißt, auch die Soundqualität ist ein bisschen schlechter, deshalb sorry dafür. Das Video wird nämlich mit dem Tablet aufgenommen. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen und ich würde mich natürlich trotzdem mega freuen, wenn wir heute diese 1000 Likes auf mein Video wieder knacken würden. Also, schauen wir uns das Ganze an. Wir hatten dann gestern hier ein Breakout gesehen und man muss echt dazu sagen, Leute, das war jetzt wirklich der absolute Knaller. Man muss sich das jetzt hier mal anschauen und zwar haben wir jetzt hier einen Pump gesehen von unserer kleineren Korrektur, was wir hatten von 20.400 US-Dollar wieder um knappe 2.370 Dollar, um 11,6% nach oben. Und wir haben hier fast die 23.000 Dollar angehittet. 22.785 Dollar, da war erstmal Feierabend. Aber jetzt wird natürlich interessant, wo und wann bekommen wir wieder Widerstand rein. Wir hatten ja dann gestern uns auch angeguckt, dass der RSI langsam abkühlt. Wir haben uns dann auch gestern angeschaut und ich habe dir ganz genau gestern dann erklärt, dass ich gesagt habe, okay, in diesem Bereich, wenn der RSI hier unten reingeht und wieder auf unseren 50er Level hier unten reinkommt, ist die Wahrscheinlichkeit wieder sehr, sehr gut, dass wir durchaus wieder nach oben gehen könnten und wir nochmal in den überkauften Bereich reingehen. Und genau das ist dann gestern Abend passiert. Pünktlich zum Wochenschluss haben dann auch die traditionellen Märkte natürlich mitgeholfen. Auch der Nasdaq ist massiv nach oben gestiegen. Jetzt ist es so, auf dem 4-Stunden-Chart sieht man das jetzt hier auch nochmal ganz gut, dass wir dieses aktuelle Hoch jetzt hier rausgenommen haben. Und viele denken sich jetzt, okay, wir werden jetzt jetzt hier erstmal nochmal runter korrigieren. Da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, denn zum einen setzt jetzt hier wieder die FOMO ein. Zum anderen sind wir jetzt genau auf einem wichtigen Support und jetzt aber auch gleichzeitigem Widerstand. Also es wird sich am Wochenende jetzt entscheiden, wo die Reise hingeht für Bitcoin, denn wir haben genau unsere 22.500 Dollar erreicht. Die 22.500 US-Dollar war mein nächstes Preisziel von einem möglichen Move hier nach oben. Wer sich daran erinnert, kann es gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare. Und zwar habe ich gesagt, die 22.500 Dollar, die werden deshalb wichtig, weil wir hier auf unser nächstes Hoch gehen. Und das siehst du nämlich hier. Wir haben nichts anderes gemacht, als jetzt das nächste Hoch von unserem Bärenmarkt, was wir hier kurzer Zeit hatten, wieder anzutesten. Das heißt, wir hatten es einmal hier angetestet, wir hatten das Ganze jetzt hier dann auch angetestet, sind drüber gebrochen, haben jetzt das hier angetestet und haben im Moment jetzt hier erstmal Widerstand reingekriegt. Das heißt, auf dem 4-Stunden-Chart kommt jetzt hier auch nochmal eine Vektor-Candle rein, wie du hier ganz gut sehen kannst. Nicht wundern, die Linien, die brauchen wir jetzt hier nicht mehr, die können wir wegmachen, die waren für einen kleineren Timeframe gedacht. Und zwar siehst du genau nämlich das, wir werden jetzt hier leicht rejected, aber auch nur leicht, das ist nicht viel. Das ist nicht so, dass wir jetzt hier sowas erwarten können. Wir haben zwar jetzt hier wieder massiv Vektor-Candles drin und zwar 1, 2, 3 Stück insgesamt auf dem 4-Stunden-Chart. Die Wahrscheinlichkeit, dass da auch nochmal so eine kleine Korrektur kommt, halte ich für wahrscheinlich, weil wir einfach jetzt hier höchstwahrscheinlich nicht über dieses Hoch jetzt erstmal drüber kommen. Sollten wir aber auch über dieses Hoch drüber kommen, schauen wir uns das gleich auf den Tagesschart an, weil da müssen wir auf den Tagesschart gucken. Da ist es dann nämlich so, da haben wir nämlich dann das nächste Preis, sie bei knappen 25.000 US-Dollar. Aber der RSI, muss man auch dazu sagen, ist jetzt wieder im überkauften Bereich, also auch hier eine kleinere Abkühlung kann man erwarten. Sowas ähnliches, wie wir vielleicht hier gesehen haben. Dann gehen wir rein in den 1-Stunden-Chart. Schauen wir uns den 1-Stunden-Chart an und auch hier seht ihr das möglich, es kann hier jetzt schon ein kleines Double-Top entstehen. Das würde uns zumindest nochmal hier runterbringen auf dieses wichtige Level. Das heißt, für den heutigen Tag und fürs Wochenende wäre unheimlich wichtig, dass wir genau dieses Level hier halten bei 22.290 Dollar. Solange das hält, können wir davon ausgehen, dass Bitcoin in eine Seitwärtsphase geht und wir wieder den nächsten Move nach oben machen. Denn über uns ist wieder einiges abzuholen. Ihr seht, wir haben auch hier wieder massiv Vektor-Kendels liegen von der Vergangenheit von unserem Bärenmarkt. Auch jetzt hier nochmal weiter, massiv Vektor-Kendels liegen bei knappen 24.800 Dollar und 24.000 Dollar. Also auch hier wird die Sache sehr interessant werden. Dann gehen wir aber auch hier, schaut euch mal hier den RSI zum Beispiel an, auf dem 1-Stunden-Chart. Das ist absolut crazy, wir sind hier wieder hochgegangen auf knappe 90 Punkte auf dem 1-Stunden-Chart. Also das war nicht mal so hoch, der RSI war nicht mal so hoch bei unserem Pump, den wir hier gesehen hatten. Ja, also ihr seht, das war nicht mal so hoch jetzt hier, der RSI, wie wir den aktuell jetzt hier haben. Und auf dem 1-Stunden-Chart ist das natürlich schon eine Ansage, deshalb eine Abkühlung ist da auf jeden Fall notwendig. Und ihr seht, ja, der RSI kann auch abkühlen, wenn Bitcoin hier leicht nach oben geht oder in einer Seitwärtsphase ist. Viele sagen jetzt, ja, aber Basti, wir hatten doch jetzt die ganze Zeit eine bearische Divergenz, also einen aufsteigenden Kurs und einen abfallenden RSI. Ja, aber nochmal, wir sind in einem FOMO-Bull-Rum im Moment. Und da ist es völlig egal, ob du jetzt hier bearische Pattern hast, denn jeder kleinste WIG wird sofort aufgekauft. Ja, das siehst du hier dann auch nochmal ganz schön. In jeder kleinste WIG, wir gehen runter, alle denken, boah, gehen in Short-Position, weil jetzt hier die ganze Korrektur nach unten kommt möglicherweise. Hier wieder auf 20.000 Dollar, um das CME-Gap zu schließen. By the way, das ist ja immer noch bei 19.900 Dollar. Aber was sehen wir? Ja, es kommt wieder die FOMO rein. Wir finden hier unseren kleinen doppelten Boden. Das haben auch sehr viele Bitbull-Member hier mitgenommen. Schau gerne mal bei bitbull-trading.de vorbei, wenn du hier in die Community kommen willst. Und jetzt kann sich auch hier wieder so eine kleine Bullflex sogar formen, was uns nochmal weiter nach oben bringen würde. Dann gehen wir noch in den 15-Minuten-Chart für die Daytrader unter euch. Am Wochenende würde ich euch empfehlen, nicht zu traden, aber ihr seht es auch am 15-Minuten-Chart. Das sieht halt hier jetzt auch wieder richtig, richtig stark aus. Allerdings, was mir nicht so gut gefällt, ist im Moment unser Daily Open. Denn unser Daily Open ist im Moment hier bei knappen 22.600 US-Dollar, so was, beziehungsweise 650 US-Dollar. Das heißt, sollten wir das Ganze hier nochmal retesten, das ist natürlich dann für uns jetzt erstmal wieder Widerstand. Kleiner Retest hier nochmal rein und in die Seitwärts-Konsolidierung wäre am besten. Genauso sieht man das Ganze hier auch nochmal. Unser Yesterday High hat natürlich dann auch hier nochmal als Widerstand fungiert. Haben dann aber in der Nacht hier nochmal ein nächstes mögliches höheres hoch gemacht. Und das sieht man hier auch nochmal ganz gut. Also, das bedeutet für uns, ist es jetzt erstmal wichtig, auf dem 15-Minuten-Chart, dass die EMAs auch jetzt langsam mit hochkommen. Immer wenn diese EMAs so in einem großen Fächer jetzt hier angeordnet sind, ihr seht das hier, so in einem großen Fächer. Dann müssen wir sehr vorsichtig sein, weil diese Bewegungen kurzfristig auf den 50er EMA natürlich dann viel, viel größer ausfallen können auf den 15-Minuten-Chart. Das heißt für uns, wo würde ich jetzt wieder neue Long-Positionen aufmachen? Ganz klar erstmal abwarten, was passiert. Denn das Szenario 19.900 Dollar bzw. 20.000 US-Dollar, wo unser CME-Gap ist, ist immer noch machbar. Jetzt aber erstmal abwarten und gucken, wenn nämlich dieses Tief hier brechen sollte, gehen wir höchstwahrscheinlich hier nochmal runter, die 21.470 Dollar antesten. Wenn das passiert und wir kriegen hier wieder ein schönes W-Pattern rein, dann ist der Zeitpunkt hier wieder gekommen, um neue Long-Positionen aufzumachen. Dasselbe Szenario, wie wir hier unten haben. Sowas müssen wir dann wieder sehen. Wir müssen dann genau wieder so etwas hier sehen, dass wir einen schönen doppelten Boden hier reinkriegen, schöne Bestätigung unseres Supports. Und das war natürlich perfekt, wenn das jetzt hier bei 21.470 Dollar passieren würde, weil hier die 21.470 Dollar schon in der Vergangenheit immer wieder sehr starker Widerstand hier für uns war. Und wir immer dann hier erstmal nicht drüber gekommen sind. Das haben wir uns auch in der Vergangenheit hier immer schon wieder angeguckt. Die 21.470 Dollar war, können wir uns hier angucken, einmal dieses Hoch vom November. Aber das siehst du hier nochmal ganz gut, das war genau dieses Hoch. Dann gehen wir noch kurz rein Richtung Ethereum, schauen uns Ethereum noch ganz kurz an. Denn bei Ethereum wird es natürlich auch spannend. Wir gehen hier nochmal kurz auf den Tageschart, gucken uns hier den Tageschart einfach mal an. Da sind wir, da müssen wir jetzt auch ein bisschen rauskrollen. Da sind wir, ja. So, was macht hier oben diese Bubble? Okay, also und zwar Ethereum USDT. Ihr seht es jetzt hier auch nochmal ganz schön, wir haben jetzt auch hier unsere Konsolidierungsphase auf dem Tageschart erstmal nach oben hin durchbrochen. Wir hatten uns das hier angeguckt mit unserem BPBR. Wir hatten nämlich hier auf der rechten Seite dann hier massiv Volumen sitzen. Und jetzt seht ihr das nämlich ganz schön. Wir hatten hier eine kleine Akkumulationsphase direkt hier auf unserem 200er EMA. sind dann nach oben hin durchgebrochen und haben genau unseren nächsten Widerstand, die 1.648 Dollar, angetestet. Denn das war hier unser Double Top. Und genau dieses Double Top testen wir im Moment an. Sollten wir das Ganze als Support bestätigen, ist das nächste Preisziel bei Ethereum 1.845 US-Dollar. Dann gehen wir noch kurz rein und schauen uns Bitcoin auf dem Tageschart an, wie es da im Moment aussieht. Und da wird die Sache nämlich jetzt hier sehr spannend werden. Da brauchen wir dazu jetzt aber mal kurz einen Indikator. Und zwar müssen wir mal unserem Volumenprofil der sichtbaren Spanne anzeigen lassen. So, machen wir hier mal kurz die Einstellungen. Wer das auch immer so haben möchte wie ich, kann hier dann immer mal auf Gesamt stellen. So, und die Zeilengröße kann man hier mal zum Beispiel auf 120 machen. Dann ist es ein bisschen kleiner. Also, und zwar schauen wir uns das Ganze mal an. Wie sieht es denn jetzt hier auf den größeren Timeframes aus? Was wäre das nächste Preisziel? Das bedeutet, wenn wir das jetzt hier schaffen würden, hier drüber zu kommen. Das heißt, wenn wir hier drüber kommen und eine schöne Bestätigung darüber haben. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir genau in diesem Bereich jetzt hier hochgehen und Richtung 25.000 Dollar marschieren. Das wäre dann das nächste Preisziel. Denn, ja, und jetzt schaut euch das nämlich mal an. Wir haben jetzt hier unser Inverse Head & Shoulders. Inverse Head & Shoulders, ja. Unser paar Zinsenpattern hier jetzt gehabt, sind nach oben gegangen. Kleine Konsolidierung auf unserem wichtigen 200 EMA, gehen wieder weiter nach oben. Aber wir kriegen dann nämlich schon am 1. März unsere nächste Sitzung rein. Das passt hier nicht, das passt hier auch nicht. Und zwar am 1. März ist es im Moment so, dass wir hier schon wieder unseren nächsten Zinsentscheid reinbekommen würden. Also, da müssen wir ganz genau aufpassen, denn das kann uns natürlich nochmal nach unten bringen, sollte die FED jetzt hier entscheiden. Wir erhöhen nochmal um 0,5% zum Beispiel. Und hier auf der linken Seite ist es im Moment so, das ist jetzt hier unser nächstes Preisziel. Dieses hoch und dann diese Vektor-Candle. Und wenn wir uns jetzt hier mal ein bisschen rauszoomen, wie das Ganze mit unserem VPA jetzt hier zusammenpasst, ja, wo jetzt hier nächster Volumensupport bzw. Widerstand reinkommt. Und aufpassen, wir haben genau hier wieder eine Minus-Distribution. Das bedeutet, wenn Bitcoin über 25.000 Dollar kommen sollte, geht es bei Bitcoin laut Volumenanalyse relativ schnell in den nächsten Tagen und Wochen Richtung 30.000 Dollar. Zumindest erstmal kurzfristig gesehen Richtung 800er EMA. Und der 800er EMA, viele haben mich gefragt, Basti, du arbeitest mit 800er EMA, ist denn der so wichtig? Der ist unheimlich wichtig bei Bitcoin, denn schaut euch mal an, was der hier gemacht hat auf dem Tageschart. Genau hier hatten wir das Ganze hier nochmal einmal richtig bestätigt und hier unten fast nochmal bestätigt. Wenn man es dann hier unten in der Vergangenheit sich auch nochmal anschaut, war dieser 800er EMA immer ein sehr signifikantes Level. Und das sieht man nämlich dann auch hier nochmal ganz schön. Der 800er EMA ist wirklich das Key-Level und sollte dieser 800er EMA jetzt von Widerstand dann nochmal zu Support umswitchen, der erst hier oben ist. Deshalb gehen wir erstmal davon aus, dass dieser Widerstand ist. Dann ist der Weg frei, Leute, Richtung 35.000. Und man sieht im Moment, die FOMO kickt hier richtig klein. Lasst euch aber nicht verunsichern. Schaut jetzt wirklich auf eure Positionen, Gewinne realisieren. Ich habe es auch in die Telegram-Gruppe gestern reingeschrieben. Take Profit nehmen, Gewinne realisieren, Stop Loss auf den Einstieg setzen und jetzt auf den nächsten Einstieg warten. Alle Informationen erhältst du natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal. Würde mich das sehr freuen, wenn du hier auch kostenlosen Abo da lässt. Teile auch gerne dieses Video. Und wir müssen jetzt aufpassen, einfach auf den 15-Minuten-Chart mit den neuen Trades. Short Trades wäre ich sehr, sehr vorsichtig im Moment bei Bitcoin, weil die Short Trades einfach nur ein ganz, ganz kleines Preislevel haben und wir instant sofort wieder aufgekauft werden. Das heißt, was wir jetzt im Auge behalten müssen, wäre folgendes. Zum einen, wenn wir hier nochmal nach unten gehen, in diesen Bereich, dass wir hier dieses schöne W reinbekommen und dann hier diesen Support nochmal bestätigen bei 21.470 US-Dollar. Oder, falls wir dann weiter nach oben steigen sollten, dass wir dann ein schönes, großes Double-Top irgendwann mal reinbekommen. Und zwar sowas ähnliches, wie wir auf dem 4-Stunden-Chart mal hier in der Vergangenheit hatten. Lasst mich das mal gucken, wo war denn das hier? Ja, sowas hier zum Beispiel. Dass wir hier sehen, okay, wir kriegen jetzt auf dem 4-Stunden-Chart es einfach nicht hin, jetzt hier weiter nach oben zu gehen. Und kriegen hier vielleicht so einen Dribble-Top rein oder einen Double-Top oder sowas. Darauf müssen wir dann achten, weil das ist dann ein Zeichen dafür, dass es dann erstmal weiter runter gehen kann oder nochmal eine größere Korrektur kommen kann. Sowas ähnliches auch wie hier. So ein schönes Top, das brauchen wir dann auf unserem höheren Preislevel, zum Beispiel bei 25.000 Dollar oder dann sogar höher erst bei 30.000. Deshalb, FOMO kickt weiter rein, lasst euch nicht triggern, aber ihr seid ja hier bestens bei mir informiert. Deshalb gerne liken, kommentieren und dann schaffen wir heute die 1.000 Likes. Ich hoffe, es ging heute so mit dem Template. Morgen wird es auch nochmal ein Video mit dem Template geben. In diesem Sinne, haut rein, danke fürs Reinschauen. Euer Basti und wie immer, ciao, ciao.